Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Blair Witch Wir sind hier wie gesagt immer noch im Wald Im letzten Video haben wir ja eine Höhle durchforstet Heute sind wir hier wieder und das Camp Ich wollte schon Campsite sein, Festival Mode ist on Easy boy, easy Das ist immer hart Es sieht aus, dass jemand es hier für uns ist Es ist er Wir haben etwas näher bei uns Wir finden es, Freunde Ja, ein spannender Punkt. Geh. Es ist weg. Es sieht gleich aus, aber... ...mögen. Ein viel mehr. Oh, das macht keinen Sinn. Ein anderer. So fast. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Du hast nichts? Nichts anderes erwartet. Oh so. So. Komm schon, schau dich an, Junge. Nichts anderes, oder? Okay, cool. Ist jetzt wie sie es wieder so halbwegs hell hier. Das war aber der Stockduster. Ja, oder schon. Ansonsten sind wir wieder gekommen. Ich glaube, das ist hier schon ein Haartblut, ne? Das war im letzten Video aber nicht aufgefallen. Ich hab nur ein paar Tiere. ich habe jetzt eigentlich schon wieder vergessen wo ich bin komplett los muss ja mal alles durch ich bin ja da lang gerannt okay das will ich jetzt auch noch mal raus komm komm herr boi! such! 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 such was! da in der richtung ist ein zelt ich bin doch vorhin da rumgelaufen oh ich fand's immer auch schade alle wege führen auch rum bzw. hier zum zelt ja gut dann ich bin hier was hat denn da es kommt schon 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 wieder ja weil jetzt einmal rumgelaufen ist ja jetzt auch nix wildes Ich dachte, da hängt irgendwie ein Seiler aus. Komm, Digga. Wo bist du? Da bist du. Ich glaube, sie spülen Feuer, wäre auch echt so geil. Sind wir entscheiden, nur lang, da oder so? Nein, jetzt komme ich hier nicht wieder zum Zelt. Ich glaube, es ist doch egal, das ist schon wieder Safe im Kreis. Da ist ein Tünner. Bücher von jetzt zum Bücher. Da war noch mal. Hä, ich glaube, wir sind schon wieder zum Safe. Tada. Äh. Äh. Ach so, der hat hier irgendwas verklaben, also heißt, ich muss den Grabstein suchen. Hm. Hm. Vögel wäre auch nicht mal schlecht, oder irgendwas, die wir nicht kapieren, oder? Komm, Digga, such. Oh. Heal! Hm. ne komm ich ja wieder zum zelt muss ich jetzt hin hier verdammt ok da passiert aber nichts komm her komm her komm her Ich muss jetzt irgendwie was finden. Ich muss jetzt auf die Seite gehen. Was ist das? gar nicht gesehen von der Theodor Mecklenon war ein Holzfelder hab ich schon gelesen das ist hier wieder das ist der Stein nein das ist die 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 Such, 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 such. Nichts, eh? Hm. Eine Kerze? Eine Kerze hier. Eine Kerze? Wo ist es? Nein, nein, das ist unmöglich. Ja, ja, wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Warum bist du eine Kerze? Jetzt komme ich ja im Prinzip von oben wieder auf das Zelt. Aber in Richtung Zelt. Hm, oder auch nicht. Oh. 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 Oh, das war es. Hm. Hm. Oh, das war's. Ooh, komm her. Warte, weißt du mal was. Und du hast mir noch ein geschick. Aber jetzt war's mir ein Gerwig. So, ich kann das nicht einschicken. Ja, ich weiß nicht, was du dem? Ja, ich weiß nicht. Das ist das ist das. Ja, ich will jetzt. Wenn du den Garten kannst. Okay, Seek! Nichts. Nichts. Hey, what are you doing? Hmm. 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 Ihr seid jetzt aber auch nicht viel weiter. Dann bringen wir auch nicht viel weiter. Dann bringen wir auch nicht viel weiter. So, bin ich schon wieder im Kreisbrand. Wie ziehst du denn da? Ist doch nichts. Und hallo, Zeltplatz. Das ist ja auch nicht viel weiter. Ich will mal Pizza machen. Die Kamera bringt mir auch nicht viel weiter hier. Die Kamera bringt mir auch nicht viel weiter. Ich habe gerade keinen Plan, was ich tun soll. Oh, wunde lecker die. Hey, Jess. Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Das ist gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der Baum zu sehen. Das sieht gut aus. 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 Das ist gar nicht der Baum. Das sieht gut aus. 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 Nein, für ein Quack jetzt. Gut, da komme ich nicht lang. Hey, ich habe hier gerade richtig... Hä, wo komme ich jetzt hier hin? Ah, du hast nichts? Ja, das ist wahrscheinlich so pisse einfach, aber ich komme jetzt einfach auf diese dämliche Lösung nicht hier. Alter, warte rein. Okay. 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 Also, ich kann das nicht genau machen. Der ist vom Jinn рос Haus nicht геро Essens. Jetzt will ich es gar nicht lose. Okay. Hm. Hm. Er zieht fest oder am Tag. Kann ich mich hören? Hallo? Wer ist da? Nein. Warte, ich bin wieder am Anfang. Ich habe Angst, dass ich mich zu tun habe. Oh ho What's this? Looks ancient Come on boy Let's leave it alone This again Das sieht aus wie ein Ort. Komm schon, was ist das? 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 Mach ein guter Weg mit dem Blut, das ist wichtig. Hatta, was ist das? Hatta, was ist das? Hatta, was ist das? Das war's. Oh, okay. So, you can find something, buddy. What'd you find? Another one? There wasn't a piece of advice. Come here, boy. Okay, seek. Hello? Anybody there? This is... No, you're not real. Look around, boy. Look around, boy. Elisha 5, do you copy? What? Who is this? What? 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 Das ist ein Gehirn. Was ist das? Sie töten nicht die Blätterküge? Was? Wer ist das? Ich kann nicht sagen, warum die Sachen immer töten. Komm her! Das ist... Nein, du bist nicht wirklich. Heel! Was ist das? 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 Better jetzt, Bullitt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hörb... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, we'll just have to get lost money. Let's see if you can find something, buddy. Heal! Pull it! Let's see if you can find the second world war. Well, guys, I'm here for the video. Yeah, I hope you liked this video. Yeah. I'll give you a thumbs up. I'm happy to see you. And, yeah, it's very curious. So, I have to go. I'm gonna go. I'm really interested in what's going on. If the type of sensor has a sensor. Or if the ball is really fucked. But that's what we're going to do in the first half of the game. Pull it. Pull it. Yeah, if the button is on, you'll be next time. I'll see you later. And I'll give you a nice day. See you. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.